Ah, Gegner! Und das ist wenigstens ein schönes Gewehr. Das hätte ich vorhin auf dem großen Schlachtfeld gebraucht. Ey, du kleine Sau! Da liegst du. Totgeschossen. Warte, ich komme. Okay, warte ich halt durch. Wo ist du? Ja. Alter, wo kommst du her? Ey, du hast mich nicht aufgehoben. Na, weil ich daneben liege, Alter. Das nächste Mal lass ich dich verwecken in deinem Drecksloch. Du hast mich nicht aufgehoben. Ich dachte, dass du einfach wieder weggelaufen bist. Du hast mich nicht aufgehoben. Ich dachte wirklich, dass du weiter gelaufen bist. Da ist er wieder. Da klettert er auf irgendwas hoch. Kann ich dir den Typen doch wieder beleben? Oh, Kacke. Oh, da einer hat gesagt, du Wichser. Warte, hier baue ich eine Miene hin. Oh, ich kann hier bauen. Mitten auf dem Weg. Da rennt bestimmt mal einer drüber. Ey, ihr seid in der Luft geflogen. Wollte ich euch mal so sagen. Ich baue Verteidigung gegen uns. Oh. Ey, ich hab doch Medipack genommen. Oh mein Gott, es wurde direkt verstiftet. Ich hab mir gemeint. Oh, da liegt auf der Erde das an. Und lass mal hier den Turm hoch rein. Au. Hey. Oh, 10 Minuten gibt es. Nur für alle. Ah, jemand hat ja ein Feuer gemacht. Hä, was ist das? Jemand hat ja ein Feuer gemacht, da will sich ein Süppchen kochen. Oh, da hat mich weggesniped. Danke, mein bester. Ich hab die chlorreiche Rettungsaktion. Warte. Nimm mal die Eier aus dem Bild. Mensch. Jetzt läuft hier mir einer. Ich heg gleich mit drauf, weil die nur anderen von der Linse rumrennen. Ah, Medipacks. Ey, ich bin ja im Paradies gelandet. Ne. Jetzt. Scharfschütze, ich kann nicht heilen, Mann. Hier, Medipacks. Droppe ich mal. Ich seh nichts mehr. Oh, hier hat jemand noch gebaut. Warte, ich heil das. Stummt. Ah. Erik, ich hab getroffen, aber ich lieg tot in der Ecke. Danke. Schön. Hast du noch Medipacks für mich hingeworfen? Ja, außer. Ja, noch ein Medipack hab ich auf deinen Kopf geworfen. Geh kurz. Oh, Mann. Schon wieder zerrissen. Danke. Du hast gut zu tun, was? Ey, die haben unsere Medipack-Kiste kaputt geschaut. Was? Unsere Medipack-Kiste. Ich wollte ja mal sagen, kommen wir hier mal woanders hin. Komm, wir holen die von hinten. Ich will hier hoch. Ich hab einen Schutz gebaut. So, ich komm jetzt von hinten, Erik. Los, Leute, vorrücken. Nein, na, was gehts? Wir sind so blöd. Wir stören immer an einer Stelle, wo es uns abknallen wie die Kaninchen. Warte, an die Personenlinen schnell hin. Hab ich keine mehr. Ja, ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Das ist mir nicht gut. Bis zum nächsten Mal.